Hallo YouTube und willkommen zurück zu Farquaad 3 Es geht hier weiter Part 2 Gucken was jetzt so kommt Der Dschungel, Dschungel Sprecht durch die Krüge Der Pfad wird ins Herz Und folge dem Pfad Und du wirst die Acht Wo bin ich? Wo bin ich? Und was hängt da auf, Alter? Eine Maske? Alter Du bist wach Na Vielleicht nicht ganz Dein Arm wurde betäubt Für das Tatao Es ist mutig im Sturm zu schwimmen Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn Du hast das Recht mich zu töten Aber ich habe das Recht dich mitzunehmen Ich heiße Dennis Er hat mich also ausgefischt Hm Bangao You Labalaba Der Hai Und die Spinne Ich weiß wer du bist Jason Du bist ein Krieger Und das Tatao Wird dir ermöglichen dein wahres Ich zu enthüllen Hör zu Mein älterer Bruder wurde ermordet Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden Komm Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen Alles klar Ja sympathisch ist der Typ Ich bin nicht hergekommen Ich hab dich am Strand gefunden Willkommen in der Manaki Freund Es ist wunderschön oder nicht? Mit müchtlich große Nabel In dem Licht Und das Stören Ich habe Jason Brody hier bei mir Der Mann der was lebend entkommen konnte Deine Flucht Ist ein Zeichen dass das Blatt sich wendet Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten Also Das ist dein Volk Die Insel Rucht nur die stärksten Sie rief mich Die Inselbewohner die Rakyat Akzeptieren mich Und sie nahmen mich in ihren Stamm auf Die machen was her oder nicht? Sehr hübsch Keine Frage Ich könnte jede Frau haben die ich wähle Aber mein Wille ist auf eine gerichtet Hier Geld für Waffen Oh äh Du willst deinen Bruder retten richtig? Ich hab noch nie auf jemanden geschossen Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es einen Ist es mal Was möchtest du kaufen? Wer bist du denn? Ah die Verkäuferin? Oh Gott Sieht ja aus wie meine Oma Hier Oma Oma Jason Jason Das sind wir So sehen wir alles aus Ja Netter Typ Sieht so aus wie ich Ein bisschen Muskeln sind eigentlich größer Aber sonst ist alles groß Äh Was ist alles groß? Nein Nein Ich hab He He Nein Okay Achso hier steht auch alles was äh Ja toll hocken Ah Cool da gibt es extra ein Video für alles Manches wird aber so beschrieben Manches wird aber so beschrieben Cool Äh Ha Optionen Ah Hier kann man bestimmt Gameplay äh Waffenmarkierung Ja Abenteuer leicht Ist auf jeden Fall Ähm Grafik Ähm Oh Das weiß ich jetzt nicht Letterbox Boah scheiße Soll ich an oder aus? Mach mal an Das ist glaube ich das Breitbild oder? Äh ja jetzt gerade Ja okay Warte mal Ach die Grafik hab ich ja schon auf höchster Quali? Okay So jetzt Ah okay Wir können die als einzigste kaufen weil alles gesperrt ist Okay Ja 1911 heißt die Waffe Gut Ah jetzt können wir die irgendwie hier legen Kann man auch äh Vergrößern Glaub ich Oh die kostet aber viel eigentlich mehr Die konnte man sich sowieso nicht kaufen Hände diese Funktürme online Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen Und glaub mir Die haben genau die Ausrüstung die du brauchst Funktürme erobern Vielleicht sind ja das immer noch eine Folge glaub ich Aber die Teils Die Teils sind so geil gemacht Guckt euch das an Boah Die Teils Ey das ist doch Der Home-Ober-Shit Guckt dir das an Alter Kann ich mir hier rein? Dann folge mir mein Freund Wo ist denn der? Hä? Kommt die Kraft aus dem Dschungel Bist du? Aber hey Du musst das Gelände kennen Jederzeit wissen wo du bist Was nutzt die Türme um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden Gratiswaffen Störsender blockieren den Zugang Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte Aber du Du wirst wertvolle Informationen bekommen Ja Die Störsender sind ganz oben Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf Checkpoint erreicht Also das ist dieses Punkt um okay Damit kann man die Waffen freischalten Und ja und das Gebiet auf freischalten auf der Karte Das geht ja voraus Also weil wir aus dem Krizen sind Oh scheiße Das wollte ich nicht Dann kann man ah ok ziehen Dann Oh das wollte ich Ich hab fast auf Chancen So das kommt schon mal Einblick was Tour Öffnen wir mal Reierfetisch Munition Und 33 Dollar Frühener Pokerchip 100 Dollar Pokerchip Kann man hier Pokern Cool Aber hier ist doch Hier sieht's doch nicht so Also Pokern wird ja nur in lokalen benutzt Aber doch nicht in diesem Trimmertal hier Keine Ahnung Vielleicht landen wir irgendwann mal dahin Ich will ja nicht so viel quatschen Aber Was liegt denn da? Da liegt einfach mal so Geld rum Nein 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 Ja ist doch mal geil Ja ist doch mal so 2 und 3 Dollar Wäre geil wenn das in Deutschland Geld 2 und 2 und 3 Dollar Ach ja Cool liegt einfach mal da auf die Kiste rum Super Ich hab Angst wenn da irgendwelche Ganoven ist kommen Die Piraten Raki Ah ne Rakiats sind wir Wir ja Rakiats sind die Lieben Und die Piraten sind die Böden Das muss der Funktion sein Ja das ist der Dem soll noch hochklettern Wie der Pfeil ist der gerade zeigt Ist aber keine Ahnung Schau was gehöre Schau was Schau was Weiter because So solely One 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 A One 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 Wann Doing One One Two One Two Six hochklettern? Ja, geh doch mal die Treppe hoch. Ake, tief fest oder was? Wo ist dieser... Also was ist eigentlich oben? Dieser Radar oder was? Was ist eigentlich oben? Dieser Radar oder was? Alter, wie hoch geht's denn da noch? So, eine Schieber ist jetzt das Squid 3. Ich meine, ist ja auch von Ubisoft, aber... Da klettert man... ein Haus hoch, äh... Kursche. Und hier muss man, äh... so funktionieren. Die Höhe... ist bei... Far Cry 3, glaube ich, ein bisschen höher. Ja, da ist vielleicht auch... Die ist ja... Ich muss nicht unterrücken, so ist... Fire Fetisch. Oh, es gibt noch mehr Eier. Krass. Einzelsteller. Alter, what the fuck? Wie geht's denn hier noch? Bitteschön. Alter, guckt euch diese Höhe an. Krass. Ah, was ist denn? Handgeschütztes Schlüssel... 39... 39... Dollar. So, dann... äh... Interagieren. Stromkasten, das alles. Wart mal... Schloss... Karten... alles kaputt machen, oder was? Ah, es läuft ja irgendwie... so ist das... Geil, es ist für uns genauso wie bei... äh... das ist mit so einem... Voll die nachmachen! Nein! Das ist ja von Ubisoft, wie gesagt. Ubisoft präsentiert. So, dann... können wir hier Seilwutschen. Cool. Statt einem... Art Waschbrun... geht's hier an der Seilwutsche runter. Auch nicht schlecht. Nette Fahrt, hm? So, da ist auch wieder Dennis. Zeig mir deine Karte. Ja, dann zeig ich's dir dir mal, ne? R mit M, okay. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer... Die Insel ruft... Geil, die Tierzeichen. Na, ist auch vorher gemacht. Sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funkturme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte! Und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen. Nicht die Natur! Okay... So oft das Mädchen weinen, ne? Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Platz kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst! Wie meinst du das? Was soll ich denn da tun? Hör auf deinen Instinkt! Boah, krass wie groß die Karte ist, alter! Also werden wir noch lange brauchen, hier und mit... ne? So... Dennis Rogers... Okay... Neuer Beitrag... Hm... Also wenn ich mir beißt, ist es in Squid 3. So... Jetzt gehen wir mal kurz die andere Waffe gucken, was das für eine ist. Äh, wenn ich da einen Laden finden würde... Das ist das... Ah, cool... Wie wird gepflanzt, okay... Ich hoffe, habe schon geschmissen. Super! Wo kommen die Geräusche einstellen? Die sind die sich? Ich bin tot, das ist 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 tot. hört man nix mehr. Was ist das denn? Hey? Ja, hier ist der da. Affen? Ein Affe, cool. Ein Affe? Namens Affe, aha. So, ähm, Munition. Inventar auffüllen. Ja, 20% verpackt können wir dafür, okay. Mach ich jetzt öfters, mit den Munitionen auszuwählen, da brauchen wir nicht mal das alles zu machen. Es ist ja eigentlich, äh, besser, halt so. Was machen? Hm. Ja, die Schrotflinte kann man nehmen. Die kosten alles. Oh, die ist verfügbar. Hm. Ist aber nur eine. So eine Waffe, so eine Waffe. Ach geil, man kann doch was dazutun, guck mir. Nein, nehme ich noch nichts. Es wird zu blöd. Nimm ich eher die Schrotflinze. Sturmgewehr, krass. Guckt euch das an. Die nehme ich. Die STG 90. Jo. Ja, nehme ich die mal. Und, naja, jetzt kommen wir bei 11. Ja. Danke, ne? Warte. C4. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Handbuch. Hey, wie kann man nochmal... Achso, was ist das? Inventar? Und... Handbuch. Dann liest man alles, äh... Was, was man alles gemacht haben und getan. Also, was man freischalten kann. Okay. Ja, werden wir mal in einem Part mal alles durchlesen. Aber... Nicht jetzt. Nicht jetzt. Lalalala. So. Story. Ja, okay. Ist mir jetzt egal. Äh... Was ist das denn schon wieder Anwärmungsmine? So. Ich muss grad mal gucken, wohin ich muss. Äh... Ah, ist schon markiert. Okay. Okay. Gehen wir mal da hin. Wo der war immer... Bäm. Mhm. 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 Oh, ab hier hält man das irgendwie. Keine Ahnung. Es realisiert mich irgendwie. Boah, die sieht auch nicht schlecht aus. Ein Sturmgewehr. Oder Schrotpflinze. Oder? Erst mit Sturro... Sturmgewehr... Schrotpflinze. Keine Ahnung. Ich glaub Sturmgewehr. Ich kenn mich nicht so mit Waffen aus. Ich hab noch nie Black Ops 2 gespielt. Hey Johnny, äh... Das ist einfach... Das ist mein Stil. Ja. Keine Ahnung Scheiße. So was... Ich hab noch was entdeckt. Das ist schon viel besser. Ich vergesse dich nur noch um... Schieße, schieße, schieße dann auch was immer. Alles anders. Alles gleich werden wir ein bisschen mehr schießen. Das war irgendwie was... Ja, gut. So eine Jagdfolge hier. Mit einer Entdeckerfolge. Und jetzt mal da. Au. Ah, wir sind jetzt eh so da. Ja. Voll am dampfen ey. Kiste. Wildschwein-Fleisch. 37 Dollar. so eine fettig 31 dollar hat ja bisher kein spiel wo man einfach nur kanone raus zuckt hat bisher noch nicht oder ja ich mich da bei SSS Creed ist halb halb also halb Schwert halb Bogen aber das ist keine Waffe es ist ja geht ja um die Vergangenheit das geht ja in der Gegenwart so um 2000 ist das schon das spiel möchte ja vom Jahr her aber ich steht auch kein Jahr welches Jahr das ist das ist ein bisschen auch anders weil bei SSS Creed ist es ja so die sieht einfach nur geil aus die Palmen alles so was das so kleine Palmchen die Pflanzen sieht einfach alles naturhaft aus besorgen passt gar nicht zu Winter achso da steht sogar einfach mal die hier Kamin rotes Blatt brauchen wir nur eine äh was ist das ein Baum grünes Blatt das ist also bei mir lege ich das nicht mal ganz vor weil ich das äh eher mich konzentrieren muss ne ich hab grad nen Schweine gehört Angriffe achso ich hab's ich hab's hier noch ein grünes Blatt und da ist auch was das lebt noch krass ich weiß schon was nehrer aber ich komme keine piraten vorbei oder so kann ja manchmal passieren habe ich gehört so kann auch akkiert sein die gefahren aber es ist unmöglich weil je nach posten den man erobert desto mehr kärz kommen so ein bisschen logisch so müsste hier sein also gut du schaffst das hab ich dich waldschwein feld krass wie holt er das ganz fett raus wie gesagt ich hab nie den shooter gespielt also könnt mir mal in kommentaren schreiben ob ich zum ersten mal den shooter gut oder schlecht spiel ich hab mal ein paar malen bei einem freund oder so in diesem call of duty oder so ich schaffte ein bisschen oder sonst gar nicht so jetzt mische ich eben diese blauen dinge holen äh blaues blatt sind unter wasser okay wo ist das denn oh da war es kaum da 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 verdammtes krokodil da da hol ich mir jetzt die haus oder was das so aaa Alter wie geil ist das denn kommt auf einmal so ein kokodil äh äh voraus waaa hab ich gar nicht nach äh ich wusste gar nicht dass da mal einen kokodil in dem fluss gibt äh dass es dem ein spiel gibt krass wir schocken mich da bestimmt so das ach du scheiße ja das war es dann auch wieder hier bei frau 3 ich hoffe es hat euch gefallen daumen hoch und daumen unter am besten daumen hoch und ja einfach mal kommentieren wir auch nicht schlecht wie ihr das play findet oder direkt mal favorisieren ja das war es dann und ja ich will euch nicht heutern wir beamen uns da und dann werde ich mal einen fiesigen cut machen und zwar jetzt